Meine sehr verehrten Damen und Herren, schönen guten Tag. Mein Name ist Frank Lunemann. Ich bin Kapitän auf diesem wunderschönen Airbus A330 auf dem Weg von Frankfurt nach Seattle. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Begleiten Sie uns ein Stück des Weges und freuen Sie sich auf das, was kommt. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Nein, da wollte ich gerade weitermachen. Dann mache ich das auch mal mit. Die Kabinentüren sind zu. Gescheckstes Take-off-Wicht, 225 Tonnen. Take-off CG 33,7. Vielen herzlichen Dank. B4 Star Checklist. Gearpins. Miriam. Die Gearpins. Gearpins. Peter Static. Science. An Auto. Fuel. Wir haben 70 Tonnen drin. 70 Tonnen. Ultimitas. 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 025 350. 1025 350. Take-off data. Insorted. 155 161. 155 161. Beacon. Parking brake. Off. Mobile. Off. Mainz auf. B4 Star Checklist completed. Request push please. einen schönen guten Tag. Lufthansa 49er 0. Positions Alpha 16. Requesting pushback. Lufthansa 49er 0. Tag. Pushback approved. Lufthansa 49er 0. Pushback approved. Ground bitte. Ja bitte. Die Parkbremse ist gelöst. Wir sind fertig zum Zurückstoßen. So. Bremse gelöst. Pushback beginnt. Alles in uns. Der Zipbrake ist dann schon gleich. Wir sind so schnell vor. Vielen Dank. Wir wissen Bescheid. Off. Box 28. Dankeschön. Das ist so die klassische Position, wo jeder auf dieser Fahrstraße ist. Das weiß ich vor morgen in der Zukunft. Das ist so ein 1. Das ist so ein 1. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. So, wir dürfen ihn ja anlassen. Vielen Dank. Engine start. Alles ruhig, alles grün. Die 1. Die Rolls Royce machen immer wieder Spaß. Engine 2 start. So, hier kommen die Flight Controls. Full left. Full right. Full up. Full down. Full right. Full left. Neutral. Ja, und bitte? Ja, bitte. Wenn Sie bitte die Flieger fertig waren zum Abrollen, hat es Ihnen von links. Vielen Dank. Freizeit, die links davon. Schönen guten Tag, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss. Off the start, check this. Off the start. Anti ice. Off trim. 0.7, up zero. Flight Controls. Checked. Checked. Off the start, checklist completed. Request taxi, please. Manfred Aperna, einen schönen guten Morgen. Lufthansa 490 requesting taxi. 490 low taxi via Mike, hold short November. Lufthansa 490 via Mike, holding short November. Right side. Right side. Rechts ist frei. Left side clear. Fire Mike, bis zur nächsten Crossing. Lufthansa 969. 011, third routing is via North and Zulu. Lufthansa 9, 011. Lufthansa 9, 011. Right alpha, hold short Mike, Lufthansa 9, 69. TALC 062, hold short of 608 Mike. Hold short Mike, Lufthansa 9, 602. Lufthansa 490, continue Mike, alpha. So, Fondsa 7, 208, 604, 5. Jupp. Hi, Printer, guten Tag. Lufthansa 490, request to the check. All right, grün, großer Jumbo, wir sind geclared. Da sind wir schneller, bis der hier ist, sind wir weg. Fondsa 7, 208, 408, 508, 408, 508, 508, 602. Fondsa 9, 1, and hold short November, Lufthansa 4, Uniform, Victor. Fondsa 490, number 1, hit. Fondsa 490, number 1, before the 321. Total, 062, we clear the traffic, continue via November. Continue, November, Dias, 062. 969, behind the company, into Mike, hold short November. Lufthansa 9, 69 behind company, Mike, hold short November. Fondsa 4, Uniform, Victor, behind the Olympics, from Donetsk, continue left, November. So, wir haben die Radmix gedreht, wir haben die Performance überprüft. Das heißt, von unserer Seite ist es super sauer. Ja, das ist auch schon klar. Dann bitte die Take-off-Checklist. Take-off, all green flaps, two, Paxon-Engines. Take-off all green flaps, two, Paxon-Engines. Fondsa 9, 69 behind the opposite company, continue via Mike, Alpha 1, 6. Lufthansa 490, Tower 99, und tschö. Fondsa 490, schönen guten Morgen, Lufthansa 490, 1. Have correction, 490, 0. Lufthansa 490, behind next landing company, Airbus C20, two miles out, line up runway 25, right, Delta West behind. Lufthansa 490, behind next landing company, Airbus C20, line up runway 25, right, behind. Das wird der Landing-Traffic sein. Kann man 1,320 gelten lassen. Wir haben ihn gelesen, wir haben geprieft, link gesagt, er ist frei. Only 25, right. Kicker ist an. Der Windsack hängt schlapp drunter, also eigentlich gar kein Wind. Wenigstens hier nicht. Hallo, Mann, Lufthansa 7Kilo Hotel, tschüss. 7Kilo Hotel, tschüss. Lufthansa 490, wind 310 degrees, 9er knots, runway 25, right. Run for takeoff. Lufthansa 490, klärt for takeoff, runway 25, right. Ready? Ready, takeoff. Frankfurt Tower, schönen guten Tag, Lufthansa 4, uniform Victor. Tag, Lufthansa 4, uniform Victor. Run taxi Delta West, please. Lufthansa 4, uniform Victor, taxi Delta West. Takeoff power set. 100. Checked. Go. Rotate. Taxi, damit fahren Sie Sattkirchen Lufthansa 49er Zero Heavy Passing 1300 Climbing 5000 Lufthansa 49er Zero Climb Flight Level 7 Zero Lufthansa 49er Zero Continuum Climb Flight Level 7 Zero 5dm, ich gehe rum Lufthansa 50er Zero Lufthansa 49er Zero Lufthansa 49er Zero So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier bei Wiesbaden schön hoch sind barking Lufthansa 49er Zero Climb Flight Level 110 Lufthansa 49er Zero Climb Flight Level 110 Lufthansa 49er Zero Continuum Climb Flight Level 110 Lufthansa 90er Delta Lufthansa 50erHowoud Lufthansa cruising Also wenn das Wetter ins Kettel so ist wie hier, dann haben wir Glück. Und wir nähern uns der schönsten Stadt Deutschlands, Köln, wenn du das sagst. Ich wünsche die schönste Stadt Deutschlands wird heute in and out cloud sein, würde ich sagen. Leider. Sieben sind sauber. 1.000. 1.000 Fuß, check. Ich meld mich mal ihr, damit sie uns frühzeitig nach Maastricht checken kann. Gut, danke. Lufthansa 490, reaching flight level 240, requesting 320. Lufthansa 490, call Maastricht 122, decimal 625, tschüss. 32625, und tschüss. Maastricht, schönen Tag, Lufthansa 490, heavy passing flight level 250, climbing flight level 260. Lufthansa 490, hello, identified, direct Nazi, climb flight level 320. Lufthansa 490, call Maastricht, climbing flight level 320, thank you. Perfekt. Ich würde vorschlagen, wenn wir die 320 haben, und du mit dem OFP fertig bist, lassen wir die Miriam kämpfen. Ja. Ja. Mal noch mal tauschen. Gut, dann mach ich mit. Alles klar.